Er soll mal aufstehen. Ja, der soll mal aufstehen hier. Wahrscheinlich für die Besten. Ich denke, du brauchst diesen Mann. Briefkasten, ich nehme mal an, hier wundern. Es ist schon seitdem ich eine E-Mail bekommen habe. 7. Tag in einem Jahr. Ja. Oh, hier liegt was. Das verdammte Ding wieder weg. Wie lange wird das weitergehen? Ja, du musst dich duschen, denn die Tussi kommt bald. 8. Tag in einem Jahr. Bigby, hey, warte mal. Hast du meine Frau gesehen? Hast du die Beauty gesehen? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Oh, okay. Entschuldigung, dass ich dich beschäftige. Verdammt. Was ist passiert. Fable Town. Bigby's Apartment. Verdammt. Ich sollte ein Fenster schrauben. Das ist ein Fenster schrauben. Ich muss mich über die Schrauben ein wenig schrauben. Es ist ein sehr schönes Spiel. Der Fenster schrauben. Der Fenster schrauben, wenn ich den Fenster schrauben bin. Was ist passiert? Nachts. Warum habe ich das überhaupt nicht? Ich sollte einen kleineren. Verdammt. Okay, hier können wir mal auf den Schreibtisch klotzen. Bluebeard-File. Ich habe diesen Mann nie vertraut. Ich erinnere mich gar nicht, dass ich das verkauft habe. Wahrscheinlich ein schlechtes Zeichen. Was? Hier ist ja was zum Essen. Schlachter-Schwein. Oh, nicht wieder. Hey, Cowan. Ja. Oh, hey Big B. Ich bin in deiner Schraube, oder? Geh raus. Das ist schwein. Oh, jetzt ist es krankig. Hast du einen Schraube? Das Schwein raucht. Hä, hä. Hä, hä. Ich habe nicht aus den Hohenlande gelesen, um in einer Präsenz zu kommen. Okay? Mach mich nicht zurück, Big B. Mach mich nicht zurück, Big B. Du hast nicht da gewesen. Komm schon. Das ist ein bisschen dramatisch. Oh, war vielleicht nicht das Richtige? Das für mich? Nein. Oh. Hä. Das Haus hat sich nicht selbst zerbrochen, Big B. Das ist alles, was ich sage. Mach mit dem, was du willst. Ich sage nicht, dass es genug ist, dass ich mich definitiv gefordert habe, zu trinken. Aber, äh... Es würde mir helfen, dass es einige der Schmerzen, die du mir damals gemacht hast, ja. Es würde auch allen zeigen, wie anders du jetzt bist. Nice. Ich nehme alles zurück. Das ist, warum jeder dich liebt. Also, jeder mich liebt. Nee, ich gebe dir nur ein Schmerz. Ich mache mein Bestes hier. Sicherlich, das ist nicht wahr. Was mit der Schmerzen, mit dem Bourbon. Aber, äh... Nein. Ich liebt das falsche Wort. Sie schäuern dich mehr als alles. Du hast viele Leute in deinem Tag gegessen. Ich dachte, wir sollten alle einen schönen Tag haben. Ich kann nicht das Vergangenheit ändern. Also, du kannst nicht die Erinnerungen ändern. Sie auch. Oh, ja. Schau, ich sage nicht, dass es fair ist. Aber es ist echt. Die Leute sind Angst zu dir. Ich meine... Schau dir an deine Hand. Ja, da können wir nichts dafür. Wer warst du mit einer Krieg? Ein Fable, oder? Ich bin sicher, dass du nicht mit einem Punch-A-Mundys gehst. Es war nicht meine Schuld. Ich habe das Gefühl, dass du das oft oft sagst. Du denkst, dass mein Job einfach ist? Du versuchst, dass du ein paar Fables von uns verletzt hast. Wie funktioniert das alles? Ich weiß nicht. Wie? Du bist großartig. 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 Geile Scheiße hier. Das ist die Attitut, die dich in Probleme bringt. Ich bin sicher, dass du für alle, die du heute Abend kamst. Nicht alle. Nimm einen. Reden wir von dem kleinen Girl. Ja. Ich weiß eigentlich nicht die Name. Super. Ein tolles Beispiel. Leben ist leichter mit Freunden, Bigby. Und wir leben eine lange Zeit lang. Ich weiß, dass du das ganze Lone-Wolf-Würfen hast, für dich selbst gefällt. Aber ich habe gesehen, wie du in der Schnee sahst, okay? Du bist nicht zufrieden. Du wirst du aufhörst? Na, vielleicht, wenn meine Hälfte nicht so gepackt, ich werde nicht weiter zu sprechen. Ja. Das macht nicht Sinn. Gib mir einen Drink, bitte. Colin, genug genug. Ich habe nicht in zwei Tage geblendet. Ich bin aus einer zweiten-Store-Winndelung, und ich möchte in zwei Sekunden zu schütteln, bevor ich... Schau. Wenn ich dir das, solltest du mir schlafen? Ja, ja. Alles klar. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Er freut sich, der Schwein. Danke, Big B. Wir wollen ja nicht so sein. Etwas Freundlichkeit erhält so Menschen den Tag. Big B. Snow? Komm mit mir. Hallo erst mal? Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Snow. Snow! Was? Sorry, ich bin... Was ist es? Was ist passiert? Ja, was ist hier los? Ja, was ist hier los? Gerne. Ich bin gespannt, was die nun will von uns. Die Snow? Ich bin gespannt, was die z.B. Du... ... ... ... Oh. ... ... ... Du kennst das Mädchen? Sie ist nicht ein Mundi, oder? Wer war sie? Ich dachte, ich wusste alle in Faebletown. Sie sieht gut aus. Sie war eine Prostitut. Wirklich? Ich habe sie nie gesehen. Oh. Ja. Das kann es doch nicht sein. Wie hat sie gefunden? Wer hat sie gefunden? Ja, ob die die Wahrheit sagt. Was hat eine von uns gemacht? Da wurde ein Verkund in Faebletown in einem langen Zeitpunkt. Das ist mehr Grund dafür, dass wir nicht anfangen, bevor wir wissen, was passiert. Mal schauen. Wir haben nicht viel Zeit, bevor die Leute hier kommen. Aber eine Notiz. Was ist das? Nimm sie. Es ist ein Band. Es ist ein Band. Hier gibt es ein Kindes Symbol. Hm. Ich... 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 es... ich... Wir schauen. So... hier ziehen wir nochmal nach. Und das Auge nochmal anziehen. Was macht es zu ihr? Was könnte so etwas zu tun? Egal etwas, mit sehr starkem, oder etwas mit Magik abgesehen. Und das Auge nochmal anziehen? Ein zukünftig totes Monster. Entschuldigung, das ist einfach so verrückt. Ähm, was... was willst du nächstes machen? Ich hole mir den Holzfäller. Du hast noch ein bisschen Zeit, aber wir sollten die Umgebung weiter investieren. Okay, gute Idee. Niemand da ist. Wie kann ich das mitnehmen? Blut. Trotz Blut. Ich würde sagen, es hat hier vielleicht eine Stunde gewesen. Keine Ahnung, dass es hier lange gewesen ist. Fabrik. Sieht aus wie Jeans. Das sagt mir nichts. Nur ein kleines Müll. Ja, mehr Blut. Sieht aus wie Jeans. Niemand hätte das Fenster geholfen können. Sie hat getroffen. Dann hat er den Weg, den ich früher gefunden habe. Blut. Still wet. Scharf genug. Das heißt, ich schlussfolgere mal. Hier ist wer rübergekrochen oder geklettert. Dann hier lang hat er einen Blutstropfen fallen gelassen. Und höchstwahrscheinlich dann den Kopf platziert. Nehme ich mal an. Aber schauen wir uns mal da hinten um. Oder vielleicht auch nicht. Geben wir ihr mal das Papier. Ja? Was machst du? Better to be thorough. Sure. Just hurry up. We don't have much time. We should move her before anyone shows up. We'll find out more at the business office. She'll be in the books. I'm sure of it. Bigby, do you have any idea what's going on? Ja. Someone brought her in from the outside. That makes sense. There are no signs of a struggle. But how do you know? Trust me. I trust you. But we're going to need more in terms of actual proof. Vielleicht steckt sie ja drinnen. We're going to have to tell Crane about this. As long as King Cole is gone, he's acting mayor. He needs to know. And he's going to find out anyway. So we may as well get out in front of it. It'll just be worse if he finds out we held it from him. We should wait until we have more to tell him. Right now all we know is a girl is dead. Telling Crane doesn't change that. I've got all the motivation I need to find out who did this. That sounds... reasonable, but... I don't know. I'll think about it. I just don't want him interfering. Crane's not what's important right now. We need to figure out who this girl was so we can find whoever did this. Take this back to Dr. Swinehart. He can take a look at it. I'll meet you at the business office. We're going to fix it on our own. We're going to fix it on our own. And we're going to find the murder. And wait, hit it on our own. We'll see you next time. Vielen Dank.